ja hallo und herzlich willkommen zu zwei oder dreimal 20 minuten videos hintereinander am stück das wird alles noch heute fertig sein ich bin der meinung dass wir bald das ende vom spiel erreicht haben ich weiß es noch nicht aber ich glaube es also wir schauen mal und wir sind ja bei dem aufzug stehen geblieben wer meinen let's play auf twitch verfolgt hat weiß das und haben wir den schlüssel und die sicherungen und so weiter befreit und müssen jetzt runter so weit so gut ich denke ich meine ja es bereitet mir schon angst spieler eins zu spielen also ja da ist no way out da waren doch welche ich muss mal schauen wo ging es hier noch mal raus oh gott ja oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott nein 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 so wohin 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 bitte irgendeiner sagt mir jetzt mal wohin runter soll ich so runter da geht es aber nicht runter da geht es nicht runter da geht es nicht runter da geht es nicht runter geht es hier runter ich bring hier drüber jetzt schon mal herunter geht hopp da wir wollen ja hoch oder ah Schlüssel Schlüssel Schülse wartestellend! wir müssen ja dafür nicht runter weil wir haben auch das Ding ist nach unten geflogen also bin ich ja der groben Meinung, dass wir darunter, oh, müssen. Ja. Und das war wieder der Eingang vom Frauenhaus. Jawohl. So. Wäscheraum wahrscheinlich. Da, da ist es ja immer dieser Wäschschacht führt ja immer durch den Wäscheraum. Ja. Da ist er nicht. Das brauchen wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich dachte schon. Okay. Wohin nun? Ah, jetzt müssen wir wieder zurück. Da geht es ja wieder. Da, wo wir schon mal waren, ne? Oh Gott. Kein Blut mehr. Nein. Nein. Ge weg, ge weg. Ah, fuck. Und springen. Ach. Puh. Neu-Batterie. Okay, weiter geht's. Zu. Wow, Leute. Das ist echt. Wow. Hart. Okay, jetzt müssen wir dahin. Mist. Scheiße. Nicht gut. Okay, nochmal. Okay, komm, und. Oh Gott. Follow the blood. Also wir sollen dem Blut folgen. Ich würde sagen, wir müssen das tun, was die sagen. Weil, ich glaube, anders werden sie es nicht gemacht haben und wir warten uns mal, bis der weg ist. Ich würde hier noch runterfallen. Bitte, nicht runterfallen. Und los. Sprung. Oh. Hoch. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Wow. Scheiße. Da war ein Geist. Hatten wir nicht schon mal ein Geist? Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten schon mal ein Geist. Aber. Huh. Wohin? Wow. Also. Leute, Leute, Leute. Oh Gott, da ist sicher was, oder? Da ist nichts. Ich will nicht wieder so einem begegnen. Wow. Soll doch normalerweise dem Blut folgen, oder? Bin ich jetzt da falsch? Lüge. Heißt es Lüge oder? Oh Mist. Falscher Knopf. Egal. Lüge oder Liegen. Lie. Na ja. Schauen wir mal. Hier durch. Wow. Oh fuck. Scheiße. 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 Nicht gut. Gar nicht gut. Haben wir schon was, womit die weiterkommen, oder so? Geht's hier weiter? Da ist nichts mehr. Da waren wir schon. Oh Gott. Oh Gott, nein. Warum laufen die denn so entspannt? Shit. Gar nicht gut. Die haben irgendwas bewacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die irgendwas bewacht haben. Wo war das? Oh. Wo zur Hölle war das da? Okay. Was sind die bewacht? Was haben die bewacht? Was haben die bewacht? Okay. Hopp. Was haben die bewacht? Okay. Okay. Komisch. Da betet einer falsch. Also das war nicht richtig gebetet, ja. Aber naja. Scheibenkleister. Okay, rüber. Hopp. Salah. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Kamera, Kamera. Nein. Bleib da. Nein. Und da kommt jetzt noch einer. Oh Gott. Besser geht's ja gar nicht. Besser geht's nicht. Oh. Shit, 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 shit. Oh. Okay. Okay, wie geht's hier weiter? Da geht's auch kaum weiter. Da hält er mir schon die Hände davor. Da fällt einem auch richtig auf, dass der Finger abgeschnitten wurde und so. Naja, okay. Dann lassen wir's mal hier bei einem 8-9 Minuten Video. Und ich zeig euch, wie's weitergeht im nächsten Video. Dann holen wir uns die Kamera mal wieder, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.